Wurzelkanalbehandlungen sind ein wichtiger Bestandteil der zahnarztlichen Versorgung und werden oft benatischt, um infizierte oder beschadigte Z.A. nie zu retten. Dabei kann es jedoch zu erheblichen Kostenunterschieden kommen, je nachdem, ob die Behandlung in der Ta-In-Viertler-Kai oder in Europa durch Gefahr ein Viertel HRT wird. In diesem Video werden wir die Kosten von Wurzelkanalbehandlungen in der Ta-In-Viertler-Kai und in Europa vergleichen und die Vor- und Nachteile jeder Option untersuchen. Die Ta-In-Viertler-Kai hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Reiseziel F.A. ein Viertel eher medizinische Behandlungen entwickelt, da sie qualitativ hochwertige medizinische Dienstleistungen zu erschwinglichen Preisen bietet. Wurzelkanalbehandlungen sind dabei keine Ausnahme, da sie in der Ta-In-Viertler-Kai oft viel gar ein Viertelinstiger sind als in vielen europäischen Laendern. Dies liegt vor allem an den niedrigeren Lebenshaltungskosten und Lohnkosten in der Ta-In-Viertler-Kai, die es den Zahnerärzten ärmer glichen, ihre Dienstleistungen zu einem Bruchteil der Kosten anzubieten, die in Europa anfallen. In Europa variieren die Kosten F.A. ein Viertel eher eine Wurzelkanalbehandlung je nach Land und Stadt, kann ihn aber oft sehr hoch sein. In Laendern wie Deutschland, der Schweiz oder Schweden kann ihn die Kosten F.A. ein Viertel eher eine Wurzelkanalbehandlung mehrere hundert Euro betragen, je nach Komplexität des Falls und der Anzahl der Wurzelkanale, die behandelt werden mal ein Viertel S.N. In der Ta-In-Viertler-Kai hingegen liegen die Kosten F.A. ein Viertel eher eine Wurzelkanalbehandlung in der Regel zwischen 100 und 300 Euro, was deutlich gar ein Viertelinstiger ist als in vielen europäischen Laendern. Ein weiterer wichtiger Faktor, den es zu B.A. ein Viertel gesichtigen gilt, ist die Qualität der medizinischen Versorgung. In der Ta-In-Viertler-Kai sind die Zahnerärzte in der Regel gut ausgebildet und auf dem neuesten Stand der Technik. Viele von ihnen haben ihre Ausbildung an renommierten Universitäten in Europa oder den USA absolviert und werfe ein Viertelgen A. ein Viertelber umfangreiche Erfahrung in der Behandlung von Wurzelkanal-EN. Da ein Viertelber hinaus sind die medizinischen Einrichtungen in der Ta-In-Viertler-Kai oft modern ausgestattet und entsprechen internationalen Standards. In Europa sind die Zahnerärzte ebenfalls gut ausgebildet und qualifiziert, aber die Kosten F.A. ein Viertel eher ihre Dienstleistungen kann in sehr hoch sein. Dies kann dazu F.A. ein Viertel rennen, dass viele Menschen ihre Wurzelkanalbehandlung aufgrund finanzieller Einschränkungen verschieben oder sogar ganz darauf verzichten. In der Ta-In-Viertler-Kai hingegen kann in sich auch Menschen mit niedrigerem Einkommen eine Wurzelkanalbehandlung leisten, da die Kosten deutlich niedriger sind als in vielen europäischen Laendern. Ein weiterer Vorteil einer Wurzelkanalbehandlung in der Ta-In-Viertler-Kai ist die kurze Wartezeit. In vielen europäischen Laendern kann es Wochen oder sogar Monate dauern, bis ein Termin F.A. ein Viertel eher eine Wurzelkanalbehandlung werfe ein Viertelbar ist, was zu erheblichen Schmerzen und Unannehmlichkeiten F.A. ein Viertel rennen kann. In der Ta-In-Viertler-Kai hingegen kann den Patienten oft innerhalb weniger Tage einen Termin F.A. ein Viertel eher ihre Behandlung bekommen, was eine schnelle und effiziente Betreuung ärmer glicht. Na Ta-In-Viertler-Licht gibt es auch einige Nachteile, die bei einer Wurzelkanalbehandlung in der Ta-In-Viertler-Kai-Behre ein Viertel gesichtigt werden, ma ein Viertel-SN. Dazu gehören die potenziellen Kosten F.A. ein Viertel-R-Reise und Unterkunft sowie die Magglichkeit von Sprachbarrieren und kulturellen Unterschieden. Es ist wichtig, diese Faktoren Sorgfalt T.G. zu B.A. ein Viertel gesichtigen und eine fundierte Entscheidung zu treffen, ob eine Wurzelkanalbehandlung in der Ta-In-Viertler-Kai F.A. ein Viertel eher sie die richtige Wahl ist. Insgesamt gibt es also viele Aspekte zu B.A. ein Viertel gesichtigen, wenn es um die Kosten F.A. ein Viertel eher eine Wurzelkanalbehandlung in der Ta-In-Viertler-Kai und in Europa geht. Warent die Ta-In-Viertler-Kai oft gar ein Viertel in stiegere Preise und Ka-In-Viertler zähere Wartezeiten bietet, sollten auch die Qualität der medizinischen Versorgung und potenzielle zusätzliche Kosten Sorgfalt T.G. abgewogen werden. Letztendlich ma ein Viertel S.N. sie selbst entscheiden, welche Option am besten zu ihren Bäder-In-Viertler-Fnissen und ihrem Budget passt und ob eine Wurzelkanalbehandlung in der Ta-In-Viertler-Kai F.A. ein Viertel eher sie die richtige Wahl ist.